Ja, wir sind in den zehn Worten im zweiten Buch Mose Kapitel 20 und das sind Worte, die Gott gerichtet hat an das Volk Israel, also einem anderen Volk zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Warum lesen wir das Ganze? Also, weil unser Herr Jesus Christus, der vor uns gestorben ist, der die Jünger ausgesandt hat, macht zu Jüngern alle Nationen, der, als er am Kreuz hing, nach Psalm 22 betete für eine Generation von Menschen, die noch nicht geboren sind. Unser Herr Jesus Christus, er bezieht sich auf das Wort Gottes, wie Gott durch Mose gelehrt hat, verkündet hat. Er hat es bewirkt durch seinen Geist, dass die Jünger, die Apostel, die erste Gemeinde die Schriften der Propheten nicht einfach weggeschmissen haben, sondern im Gegenteil als Gottes Wort geachtet und geehrt haben. So wie Paulus sagt im 2. Timotheus prüft, dass die Schriften Gott gehaucht sind, von Gott eingegeben sind, von Gottes Geist und nützlich sind zur Lehre, zur Überführung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes richtig sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Das Wort Gottes ist Nütze. Jedes Wort Gottes ist Nütze zur Lehre, zur Unterweisung. Und das ist eigentlich das Wort, das liebe ich auch, das Wort Tora im Hebräischen mit Unterweisung zu übersetzen, weil das Wort Gesetz einen sehr speziellen Klang hat in unseren Ohren, weil es oft schon so viel Ablehnung in uns bewirkt. Und es steckt etwas drin, ich sag mal so, es das, was uns unserem Fleisch Schwierigkeiten macht, ist, dass es gesetzt ist, dass Gott es gesetzt hat. Er hat bestimmt. Er ist der Bestimmer, nicht wir. Das macht uns schon Probleme. Aber ich glaube auch, dass etwas richtig daran ist, tatsächlich das Wort Gesetz nicht so sehr zu betonen, weil das Wort Gesetz uns dazu verführen kann, zu denken, wir hätten hier sozusagen eine Bedienungsanleitung fürs Leben und das brauchen wir jetzt nur noch gut studieren, ausländisch lernen und dann kriegen wir es hin. Und vergessen dabei denjenigen, der uns unterweist. Die Unterweisung ist immer etwas, was jemand tut. Und Gott will uns unterweisen. Auch wenn wir sein Gesetz und sein Wort studieren, dann ist Gott es, der uns unterweisen will, der uns lehrt. Sein Heiliger Geist ist es, der uns lehrt. Und wir sind durch Jesus zu Jüngern gemacht worden. Und wenn du kein Jünger bist, kein Schüler bist, wenn du nicht mit der Bereitschaft kommst zu lernen zu Gott, dann vergiss es. Gott will uns lehren und er wollte sein Volk lehren, unterweisen mit diesen Geboten. Es ist mehr als nur sozusagen die Regularien für das Leben, sondern es ist ein lebendiges Hineinführen in die Gemeinschaft mit ihm. Er offenbart durch diese zehn Worte seinen Charakter, sein Wesen. Er offenbart uns so viel prophetisch. Und das erste, was wir sehen können an der Art und Weise, wie diese zehn Worte hier Gott dem Volk weitergegeben hat, ist, dass er das Volk darauf hinweisen will. Er will es, ja, wirklich mit der Nase drauf stoßen will. Er will uns mit der Nase drauf stoßen. Wenn es darum geht, dein Leben nach meinem Willen zu leben, dann ist das Erste und das Wichtigste die Beziehung zu mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei befreit. Das Erste ist das, was ich bin und was ich für dich getan habe. Damit geht es los. Der Gott, der diese zehn Worte gegeben hat, der das Gesetz gegeben hat, der Bund vom Sinai, das ist derselbe Gott, der uns in Jesus Christus begegnet ist. Und das siehst du hier eben auch. Das ist das, was ich für dich getan habe. Und jetzt ist das Erste und das Wichtigste deine Reaktion auf mein Handeln. Deine Reaktion. Weil ich, wisst ihr, das ist wie eben, ja, wir vergleichen es auch so ein bisschen mit einem Ehebund. Der Mann, der sozusagen gesagt hat, hier bin ich, ich habe mich hingegeben, ich habe dich erlöst, ich habe dich errettet, ich bin für dich, ich bin dein. Willst du auch mein sein? Dann soll es keinen anderen geben neben mir. Und viele dieser Gebote sind in der negativen Form abgefasst. Viele dieser Worte hier sagen, du sollst nicht. Wir haben schon gehört, irgendwann habe ich es mal gesagt, dass man auch übersetzen kann, du wirst nicht. Aber da stecken auch positive Aussagen drin. Hier am Anfang ist es, wie gesagt, in den Nebensätzen kommt es drin vor. Wenn zum Beispiel gesagt wird, wenn es darum geht, was sozusagen das Positive davon ist, von dem Negativen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst mich haben als deinen Gott. Du sollst dich nicht vor den Abbildern niederwerfen und ihnen dienen. Du sollst dich vor mir niederwerfen und mir dienen. Dann auch, der ich Gnade erweise an tausenden von der Generation, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, du sollst mich lieben, meine Gebote halten. Darum geht es am Anfang dieser ersten Worte. Um die Beziehung, unsere Beziehung, beziehungsweise das Volk Israel, die Beziehung des Volkes Israel zu ihrem Gott, zu Yahweh. Aber so hat es Jesus auch die Jünger gelehrt und hat gesagt, was ist denn das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Das wichtigste Gebot. Die Liebe zu Gott. Gott zu lieben. Und er fragt Jesus dich hier, so wie er Petrus gefragt hat. Liebst du mich? Das ist immer wieder seine Frage. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann fragt er dich, hey, liebst du mich? Ist dein Herz ganz bei mir? Ist dein Herz ganz von mir eingenommen? Bist du noch begeistert von mir? Und zu dieser Liebe zu Gott gehört eben auch, den Namen Gottes zu ehren. Den Namen Gottes zu tragen, würdig. Erweist euch des Evangeliums würdig in der Heiligung. Mich danach auszustrecken, dass er mich umwandelt in sein Ebenbild, sodass ich ein treuer Zeuge werde, wie Jesus Christus der treue Zeuge war. Dass seine Liebe, die ich empfangen habe, durch mich hindurch fließt zu anderen. Und da geht es schon in den Übergang zu den anderen Geboten, die dann auf der, wie sagt man das, horizontalen Ebene, dann die zweite Hälfte. Denn das ist Gott unheimlich wichtig. Johannes sagt, wer sagt, dass er Gott liebt und er hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Zu der Liebe zu Gott gehört unbedingt die Liebe zum Nächsten. Deswegen in den zehn Worten ist das zusammen drin, so wie im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Höchste, das Größte, das Wichtigste. Die Liebe. Die Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten. Aber bevor er dahin kommt, von der Liebe zum Nächsten ganz konkret zu sprechen, kommen wir noch zu einem Gebot, was im Übergang steht sozusagen, was beide Ebenen beinhaltet. Zuallererst aber vor allen Dingen die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer und dem, was er getan hat. Hier steht in Vers 8. Denke an den Sabbat-Tag, um ihn zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbat-Tag und heiligte ihn. Das ist ein interessantes Gebot irgendwie. Das Sabbat-Gebot. Erstmal ist es das Erste, was jetzt wirklich positiv formuliert ist. Denke an den Sabbat-Tag, um ihn heilig zu halten. Und dann erklärt Gott, was er damit meint. Der Sabbat-Tag ist ja das, was Gott seinem Volk schon nahe gebracht hat, als er ihnen das Manna gegeben hat. Auf eine wunderbare pädagogische Art und Weise hat er ihnen den Sabbat-Tag nahe gebracht, indem er nämlich jeden Morgen ihnen das Manna zur Verfügung gestellt hat, was sie sich dann eingesammelt haben. Jeden Morgen mussten sie raus, um sich das Manna zu holen. Und dann war es plötzlich so, am sechsten Tag, nachdem sie sechs Tage lang das Manna gefunden haben, jeden Morgen, am sechsten Tag nun, sammelten sie ein und stellten am Ende fest, dass sie doppelt so viel gesammelt hatten, wie die Tage zuvor. Und das hat sie irritiert. Sie haben gesagt, was ist denn das, was soll denn das? Und er sagt, Mose, der Herr hat das euch gegeben, damit ihr morgen nichts sammeln müsst. Das könnt ihr aufbewahren. Sonst hatten sie versucht, es aufzubewahren und am nächsten Tag war es schlecht geworden, weil Gott gesagt hat, jeden Tag kriegt ihr euer spezielles Manna für jeden einzelnen Tag. Aber am sechsten Tag kriegt ihr doppelt, sodass ihr tatsächlich ausruhen könnt. Ihr braucht nicht rauszugehen, sondern ihr könnt euch an den gedeckten Frühstückstisch setzen und könnt einfach eure Brötchen mampfen, eure Manna-Brötchen. Und könnt euch einfach einen schönen Tag machen. Und das hat er ihnen aufgetragen. Und sie haben ja die ganze Zeit über, wie sie gewandert sind, hat Gott sie durch das Manna ernährt. Das heißt, sie sind ja auch schon Monate unterwegs. Das heißt, sie haben jetzt schon mehrmals das erlebt, dass das so war, dass sie am sechsten Tag doppelt so viel eingesammelt haben und am siebten Tag nichts da war. Und sie von dem leben konnten, was sie am sechsten Tag empfangen hatten. Und jetzt festigt Gott das jetzt noch einmal und macht es zu einem grundsätzlichen, wesentlichen Prinzip für das Volk Israel. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Und jetzt erklärt er es ihnen. Warum sollen sie das so machen? Gott sagt, weil ich das so gemacht habe. Ihr sollt das so machen, wie ich. Das finde ich was Wunderbares. Hier etabliert Gott ein System, was Jesus dann auch seine Jünger gelehrt hat, wo er gesagt hat, guck mal, der Vater im Himmel. Ihr sollt nun so sein, wie euer Vater im Himmel. Es geht also um Nachfolge. Gott etabliert hier das Prinzip der Nachfolge. Er sagt, so bin ich und so sollt ihr sein. Das habe ich getan, das sollt ihr tun. Schaut auf mich, lernt von mir. So sagt Jesus das. Schaut auf mich, lernt von mir. Dann werdet ihr in denselben Wegen wandeln wie ich. Also er sagt und er erinnert dann eben an die ersten Verse in 1. Buch Mose Kapitel 2, wo genau das gesagt wird. In sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbatag und heiligte ihn. Was heißt das? Als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, in sechs Tagen, dann kam dieser Tag der Vollendung. Er hatte den Menschen geschaffen, Mann und Frau und hatte sie zusammengefügt, in der Liebe vereint, als die Herrscher, die Könige über diese Welt, die er geschaffen hat. Und er hat sich alles angeschaut und hat gesagt, wow, sehr gut. Und das war am Abend. Er schaute auf die Welt in der Abendsonne und dachte, super, jetzt ist fertig. Und dann kam die Nacht und dann kam der nächste Tag und das war der siebte Tag. Und Gott schuf nichts. Er schuf nichts. Was hatte er? Was machte er am siebten Tag? Er hatte Gemeinschaft mit seinen Kindern. Er genoss das wunderbare Werk, was geschaffen war, mit seinen Kindern zusammen. Er freute sich daran. Er ruhte. Das Wort ruhen bedeutet, hat mehrere Ebenen. Das eine ist dieses Ausruhen, Atemschöpfen, Kraft sammeln, wie auch immer. Das andere ist, dieses Aufhören, Unterbrechen oder nicht mehr weitermachen. Tatsächlich die Arbeit aus der Hand zu legen. Bei Gott war es was Wunderbares. Er hatte sechs Tage lang geschaffen und das Werk war vollendet. Wenn das mal so bei uns wäre, wenn wir unsere Woche hätten, nach sechs Tagen hätten wir unser Werk vollendet. Bei uns ist es eher so, mittendrin im Schaffen müssen wir irgendwie alles stehen und liegen lassen, wenn wir denn das können. Manche Menschen können das nicht. Die machen weiter, die machen weiter. Also Gott hat das getan und er erinnert das Volk Israel daran, so habe ich das gemacht. Macht es ebenso wie ich. Was sollen sie machen? Sechs Tage sollst du arbeiten. Ja, Arbeit gehört dazu. Das haben wir schon am Anfang gesehen. Arbeit ist etwas, was eigentlich auch im Garten passiert ist. Adam durfte, sollte den Garten bebauen und bewahren und damit hat er zu tun. Aber das, was wir mit Arbeit verbinden, der im Schweiße meines Angesichts, die Anstrengung, der Nerv, der Stress, die Last, das kam erst nach dem Sündenfall. Im Schweiße deines Angesichts wirst du die Erde beackern und er wird dir Dornen und Disteln sprossen. Sechs Tage musst du ranklotzen, damit du dich ernähren kannst. Sechs Tage musst du rausgehen und das Manna einsammeln. Und Paulus sagt ganz klar, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Und wer keine Erwerbstätigkeit hat, weil er aus verschiedensten Gründen keine Erwerbsarbeit nachgehen kann, der kann trotzdem was Gutes tun und kann was arbeiten. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Und da spricht hier Gott etwas Wichtiges aus. Es geht beim Sabbat, bei diesem Tag, nicht einfach nur darum, dass man einmal in der Woche einen Tag Monischt macht, sondern es ist ein Tag für den Herrn. In dieser Ruhe soll und will Gott mit seinem Volk Gemeinschaft haben und Gemeinschaft pflegen. Die Ruhe ist etwas, was aus der Gemeinschaft mit Gott fließt. Deswegen sagt er am siebten Tag, sechs Tage gehst du deinem Broterwerb nach und buddelst in der Erde. Aber am siebten Tag, da setzt du dich mal hin mit mir. Und dann lass uns mal, und das ist es. Wisst ihr, der siebte Tag, der Sabbat, ist eine Erinnerung an die Schöpfung und die Vollendung der Schöpfung, der Ruhetag, wo Gott mit Adam und Eva im Garten spazieren ging. Das war, das war letztendlich Adam und Evas erster Tag, den sie erlebt haben. Die Erinnerung, Gott schenkt dem Volk Israel und so auch bis heute sehen gläubige Juden das. Das ist ein Geschenk. Es ist ein wunderbares Geschenk, diesen Tag zu haben, wo ich alles hinlegen darf und wo ich Gemeinschaft mit meinem Schöpfer haben kann. Ja, wo ich auch ausruhen kann, wo ich zu Kräften kommen kann wieder. Wisst ihr, und so viele nicht, die Geschichte des Sabbats ist ja sehr interessant, denn der hat ja Einfluss in diese Welt gewonnen. Es ist ja nicht dabei geblieben, dass das Volk Israel diesen sieben-Tage-Rhythmus gehalten hat und dann am siebten Tag geruht hat. Nein, es ist übergegangen auf die Völker. Sie haben sich interessiert dafür. Sie fanden das spannend und sie haben das dann irgendwann auch Stück für Stück übernommen, dieses Prinzip der sieben Tage und mit dem einen Ruhetag. Das kam dann aber erst sehr, sehr viel später. Also dieses sieben-Tage-System war auf jeden Fall interessant. Andererseits haben die Heidenvölker aber auch immer wieder gespottet darüber. Die haben gesagt, die Juden, das ist ein faules Pack. Die nehmen sich alle sieben Tage einen Tag, wo sie nichts machen. Und was ist denn das für ein Gott, der irgendwie nach sechs Tagen Arbeit erstmal eine Verschnaufpause machen muss? die haben sich lustig gemacht darüber. Aber ich sehe hier ganz klar die Offenbarung des Wesens Gottes. Gott ist eben nicht ein Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer-Gott oder noch schlimmer ein Sklaventreiber-Gott. Gottes Ziel ist nicht, die Welt fertig zu schaffen und wenn er sie dann fertig geschaffen hat, dann so da sitzt und denkt so, ja und was mache ich jetzt? Sondern ein Gott, der diese Welt schafft zu einem Ziel hin. Nämlich, um es zu genießen. Um die Gemeinschaft zu genießen, das Leben zu genießen, was er geschaffen hat. Also ich finde das sehr sympathisch. Und Gott sagt seinem Volk, das ist ein Tag für den Herrn. Für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und deinen Sohn und deine Tochter, deinen Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Und dieser zweite Teil, wo diese ganzen Leute da aufgezählt werden, sogar das Vieh wird aufgezählt, nicht nur Leute. Sogar das Vieh ist Gott wichtig. Da geht es dann schon wieder zur nächsten Liebe über. Dieser Tag ist nicht nur für dich frei, nicht nur du darfst diesen herrlichen Schöpfungstag erleben, dieses Aufatmen und diese herrliche Gemeinschaft mit deinem Gott, sondern auch deine ganzen Diener. Alle, die dir, über die du Verantwortung hast. Du lässt nicht andere für dich arbeiten, während du die Beine hochlegst. Nein, ihr alle sollt diese Freiheit, diesen Frieden, diese Ruhe genießen. und das ist es. Es ist Freiheit. Der Sabbat ist Freiheit. Frei von der Arbeit sein. So was wunderbar, so was Schönes hat Gott seinem Volk damals geschenkt und das war überhaupt nicht selbstverständlich in der damaligen Welt. Die Herrscher, die Könige, sie haben alle ihre Sklaven ackern lassen, ackern lassen, ackern lassen. Die haben keinen freien Tag gekriegt. Und Gott sagt, du sollst es auch deinem Nächsten gönnen. Du sollst es deinem Nächsten ermöglichen. Für alle, die Verantwortung tragen in den Chefetagen, du sollst es deinem Angestellten ermöglichen. Und daher kommt es dann am Ende, ist es dann durch Konstantin auch in die Christenheit hineingelangt, dass dann ein Tag freigemacht wurde, nicht der Samstag, der Sabbat der Juden, sondern es war dann der erste Tag der Woche als Feier der Auferstehung unseres Herrn. Leider Gottes steckt da drin auch Anti-Judaismus hinter. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ich hätte es glaube ich besser gefunden, wenn wir uns einfach mit den Juden zusammengetan hätten am Sabbat. Und ich glaube, vielleicht wird es auch so kommen, wenn Jesus wiederkommt und das tausendjährige Reich kommt, dass es dann wieder einen Sabbat gibt, weltweit. ich glaube aber auch, dass diese ganze Frage, dieser ganze Kampf um den Samstag oder Sonntag, was soll man denn jetzt, wie soll man das Gebot jetzt halten, müssen wir jetzt nicht doch am Samstag unsere heilige Versammlung machen, müssen wir nicht am Samstag den Ruhetag zelebrieren und am Sonntag arbeiten, müssen wir nicht am Samstag die Läden schließen und dann lieber am Sonntag wieder verkaufen und kaufen, wie es ja auch die Jünger gemacht haben, die Frauen haben am Sabbat geruht, Lukas 23 Vers 56 und am ersten Tag der Woche morgens die Salben gekauft, ja weil sie in Israel gelebt haben und nicht in Deutschland, im Jahre 2021, da hätten sie höchstens zur Tanke gehen können, um sich dort Salben zu kaufen, ja ist zu teuer, genau, so viel Geld hatten die nicht, ich fand es ganz interessant, da so ein bisschen zu forschen und letztendlich bin ich nicht wirklich fündig geworden, also und das, was ich dann gelesen habe, hier im Online-Lexikon, das kann ich eigentlich nur bestätigen, wann und von wem die noch heute übliche Zählung der Wochentage zum ersten Male festgelegt wurde, kann nicht zurückverfolgt werden. Was man aber zurückverfolgen kann, ist, dass diese Zählung der Wochentage, so wie sie jetzt stattfindet, in diesem Siebener-Rhythmus, weit zurückgeht, viele, viele Jahrhunderte, Sogar als der Papst Gregor im Jahre 1500 schieß mich tot, diese Kalenderreform gemacht hat und sie zehn Tage übersprungen haben, um das, ja, es geht ja um diese ganzen Sachen mit den Monaten und mit dem Kalender und dass das Sonnenjahr und das Mondjahr und all diese Sachen, diese Jahreszählung, dass das Jahr auch wirklich so lang ist, wie die Erde einmal um die Sonne rum braucht und da muss man eben die Monate verlängern und da muss man so ein Schaltjahr haben, wo man dann noch den 29. Februar einspeist und so und da hat der Papst Gregor damals eben gesagt, hier, wir müssen das mal anpassen, irgendwie stimmt das alles nicht und dann ist er zehn Tage nach vorne gehüpft, aber sie haben nicht den Wochentag verändert, sondern die Wochenzählung blieb gleich, also von Donnerstag zehn Tage nach vorne wäre Sonntag glaube ich, aber er hat dann mit Freitag weiter gemacht am nächsten Tag. Das heißt, ja, und das heißt, diese ganze Wochenzählung ist noch älter, geht noch weiter zurück. Wahrscheinlich geht sie auf jeden Fall so weit zurück bis zur Kalenderreform von Julius Cäsar 45 vor Christus. So lange läuft dieser Wochenrhythmus schon so, wie er jetzt läuft. Aber ob diese Wochenrhythmus, den die Juden hier durch das Manna hatten, 40 Jahre und nach 40 Jahren hörte das Manna auf, dann hatten sie keinen Anhaltspunkt mehr, wann der Sabbat ist. Sie mussten das weiterverfolgen, weiterzählen. haben sie das immer treu gemacht? Haben sie immer treu den Sabbat gehalten? Vom Sabbat ist die ganze Zeit nicht die Rede in den ganzen Königsbüchern, in den Samuelbüchern, in den Königsbüchern, in den Richterbüchern, vom Sabbat ist fast nirgendwo die Rede mehr. Und sie haben zum Beispiel, was wir ganz genau wissen, ist, dass sie die Sabbatjahre nicht gehalten haben. Und als Jeremia dann auftrat, er hat dann auch etwas über den Sabbat gesagt, dass sie den Sabbat nicht gehalten haben. Jesaja auch. Das heißt also, ob wir wirklich noch den Sabbat haben und ob in dem Zuge, als die Juden sozusagen in das römische Reich einbezogen wurden, ob das wirklich dann der Saturday, der Saturn-Tag, der Samstag dann war, der Sabbat. Ich weiß es nicht. Das ist für mich zu wenig überzeugend zu sagen, dieser Samstag, den wir heute als Samstag feiern, ist der heilige Tag. Und es geht an dem vorbei, worum es eigentlich geht in diesem Gebot. In diesem Gebot geht es nicht um die Frage, sollen wir es am Samstag machen oder sollen wir es am Sonntag machen? Sondern es geht darum, dass Gott hier eine weise Einrichtung gegeben hat, einen guten Lebensrhythmus, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe, das ist erstmal ganz leibhaftig, leiblich, weise und gut in diesem Rhythmus seine Pausen zu haben, seine Unterbrechung zu haben, die Erinnerung daran, ja Mensch, ich muss doch zu Gott kommen, wir sind so vergesslich, aber alle sieben Tage dann die Erinnerung zur Mensch, heute ist ja Gottesdienst, also vielleicht gehe ich mal zu Gott und erinnere mich daran, wer er ist und wer ich bin und wie mein Verhältnis zu ihm ist, aber worum es eigentlich geht, ist die Ruhe, in die Gott uns hineinführen möchte, in die Gemeinschaft mit ihm und da wollen wir mal ins Neue Testament hineingehen beziehungsweise ja, nee, wir gehen jetzt ins Neue Testament rein und ich beschränke mich jetzt mal, man kann so viel über den Sabbat sagen, man kann so viel auch lesen über den Sabbat auch in Bezug auf Jesus, ich will es jetzt heute kurz machen und beschränken darauf, auf drei Punkte, erstens das Wort Ruhe finden wir an einer ganz prominenten Stelle, an einer ganz wichtigen Stelle in Matthäus 11 Vers 28 Jesus sagt, kommt her zu mir alle ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Wo ist die Ruhe zu finden, die Sabbatruhe? bei Jesus. Er ruft alle mühseligen und beladenen. Wer sind die mühseligen und beladenen? Das sind die schuldgeplagten Menschen, die Menschen, die unter dem Fluch der Sünde stehen und im Schweiß ihres Angesichts mit Mühsal in der Erde arbeiten und ackern. Jesus ruft die mühseligen und beladenenen, damit sie Ruhe finden. bei ihm. Es ist nicht ein Tag, du musst nicht sechs Tage arbeiten und deine Last herumschleppen, bis dann der siebte Tag kommt, wo du dann endlich Ruhe findest. Nein, die Ruhe ist da, direkt an deiner Seite. Dein Herr Jesus Christus ist dir nahe, er liebt dich und will dir Ruhe geben heute, heute Abend. dafür müssen wir nicht auf den Sabbat warten, um Gemeinschaft mit unserem Herrn zu haben, in dieser Sabbat gleichen Weise. Wisst ihr, für das Volk Israel war es ein besonderer Tag, weil sie diese Ruhe nicht genießen konnten an den sechs Tagen Arbeit. Diese Verheißung, diese Heiligung dieses Tages, aber für uns ist jeder Tag geheiligt, weil unser Leben in Jesus Christus geheiligt ist, weil in ihm die Ruhe zu finden ist. Er ist der Sabbat, so sagt es Kolosserbrief, sagt Paulus, Kolosser 2, Vers 16, nee, Vers, jetzt bin ich hier, Kolosser 2, Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Er spricht das aus, was wir schon beim Passerfest gesagt haben, denn das Passerfest ist das erste Fest, was Gott den Israeliten gegeben hat. Das wichtigste aber ist der Sabbat. Aber das erste Fest ist das Passerfest, denn das ist das Fest der Erlösung. Und Paulus sagt, unser Passerlamm ist geschlachtet, das ist Christus. Wir feiern nicht mehr das Passermahl, wir schlachten nicht mehr das Lamm. sondern wir feiern das Abendmahl. Wie ist es mit der Ruhe, mit dem Sabbat? Auch das hat sich in Christus erfüllt. Er ist die Erfüllung des Sabbats. Er ist der Sabbat. Der Sabbat, wie Gott ihn Israel gegeben hat, ist nur der Schatten. Er zeigt nur die Umrisse. Der ganze Sabbat, den ganzen Sabbat kriegst du und findest du in Jesus. Und das sagt er dann hier auch in 11 Vers 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt nimmt Jesus uns, bringt uns in den Sabbat hinein, nimmt uns unsere Sündenlast ab, nimmt uns auch unsere Erschöpfung, unsere Kraftlosigkeit ab, unseren Stress, unsere ganze Last, die uns unsere Arbeit auch mit sich bringt. Er nimmt uns auch die Angst vor dem Tod, vor Krankheit und Tod, nimmt er uns ab, weil er ja der Auferstandene ist. Er nimmt das alles ab und bringt uns zur Ruhe in den Sabbat und dann sagt er komm, jetzt gehen wir wieder rein in die Arbeit, aber auf meine Weise, komm in mein Joch, lerne von mir und da findet sich das Jüngerschaftsprinzip wieder, was wir im Sabbat gebot haben. Gott sagt, so hab ich es gemacht, so macht es doch auch und so sagt Jesus auch, komm doch mit mir, lass uns zusammen gehen in einem Joch, wir nehmen das Joch zusammen, das ist dann nicht schwer, das ist sanft und dann hast du während du arbeitest Ruhe, dann schmeckst du den Sabbat auch im Arbeiten, was für eine wunderbare Sache. Ich möchte noch auf eine Sache kurz eingehen, hier Römer 4 Vers 4 sagt Paulus eine wichtige Wahrheit. Es geht ihm um die Gnade, die wir empfangen haben durch Jesus Christus und da ist auch der Sabbat der Schatten von Christus. Der Sabbat sagt uns etwas über das Wesen Gottes aus. sagt, dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Sabbat ist der Tag, wo die Israeliten Gott begegnet haben. Nicht durch Werke, sondern in der Ruhe, im Glauben, im Vertrauen. Da, wo sie alle Werke aus der Hand gelegt haben, haben sie die Ruhe Gottes erlebt, den Frieden Gottes, die Freiheit Gottes, die Freiheit der Kinder Gottes. Wenn es dann wieder am Montag oder am ersten Tag wieder an die Arbeit ging, dann wurde wieder im Schweiße des Angesichts geackert und da spürten sie die Gottferne, die Trennung von Gott. Und Paulus sagt, uns ist Gnade erschienen. Wir haben Gnade empfangen durch Jesus Christus. Wir haben Gnade empfangen und im Glauben empfangen wir diese Gnade. Aber wenn wir Werke tun, dann suchen wir unseren Lohn. Aber die Erfüllung ist im Sabbat. Die Erfüllung ist in der Ruhe, im Frieden, in der Gnade, in dem Beschenkt Werden von Gott. Sich beschenken lassen von Gott. Und das ist der Punkt in dem Ganzen. Unsere sündige Natur kämpft dagegen an. schenken. wir wollen gerne mal die Beine hoch legen. Da haben wir gar nichts gegen. Uns die Trauben in den Mund wachsen zu lassen, haben wir nichts gegen. Schlaraffenland okay, nehme ich. Aber mich von Gott beschenken zu lassen? mir die Gemeinschaft Gottes das Wichtigste sein lassen? bei ihm die Ruhe für meine Seele zu suchen und bei niemand anders? Da greifen die Gebote ineinander. Wir schließen mit Hebräer 3 Hebräer 3 Ach, das ist ein ganzer Abschnitt. Das könnt ihr mal in Ruhe lesen. Hebräer 3 Vers 7 da zitiert Paulus oder ja, wer diesen Brief geschrieben hat, Psalm 95 und legt den genauer aus. Und da geht es um die Ruhe, in die das Volk Israel nicht eingehen soll. Zumindest sagt, schreibt David darüber oder der Psalmschreiber aus rückwärtiger Perspektive über das Volk, das nicht in das gelobte Land eingezogen ist, weil sie Angst hatten, weil sie Gott nicht vertraut haben, hat Gott gesagt, diese Generation wird nicht in das Land einziehen. Und hier wird es mit dem Begriff Ruhe ausgedrückt. Sie werden nicht in meine Ruhe kommen. Und dann geht er in Kapitel 4 weiter darauf ein und sagt, lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Also, der Briefschreiber sagt, es gibt noch eine Ruhe für das Volk Gottes. Eine Ruhe, die uns noch bevorsteht, auf die wir zugehen. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt angeschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute ungehorsamswegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Denn wenn Joshua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Das möchte Gott und dafür sind wir heute Abend hier, uns zu stärken in der Gnade Gottes, zu Jesus zu kommen, um im Glauben von ihm zu empfangen und mit allem Streben aufzuhören, mit allem frommen Streben aufzuhören, mit allem menschlichen Streben aufzuhören und uns von Gott beschenken zu lassen und dann mit ihm im Joch weiterzugehen und von ihm zu lernen. Und das ist nicht etwas, was du nur einmal in der Woche empfangen kannst, sondern das kannst du jeden Tag empfangen. Aber es ist gut, auch diesen Rhythmus zu haben. Es ist eine gute Sache, diesen Rhythmus zu haben und zu pflegen und nicht die Versammlung zu verlassen, wie es einige sich zur Gewohnheit gemacht haben. Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Sabbat bist, unser Sabbat, unsere Ruhe. Danke, dass wir in deinem Wort ganz glasklar sehen, dass es um dich geht und um die Beziehung zu dir, um die Gemeinschaft mit dir, um die Liebes Gemeinschaft mit dir. Danke, dass wir sehen, du hast gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da. Du bist für uns Menschen da. Du bist dafür da, um uns Last abzunehmen und wenn hier jemand ist, mit großer Last, mit schwerer Last, sei es Sünde, sei es Not, Angst, Probleme, Herr, danke, dass du jetzt hier bist, um diese Last abzunehmen, um Ruhe zu geben. Danke, Herr, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist, um uns Ruhe zu geben, um uns Ruhe zu verschaffen, um uns auch frei zu zu machen von der Sklaverei der Arbeit, um uns hineinzuführen in die Sabbatruhe und danke, dass wir sie jetzt schon schmecken können, aber wir freuen uns auch auf den Tag, wo sie sich erfüllt, wenn wir das Ziel erreicht haben. Wir danken dir, dass du jetzt hier bist, unser Sabbat und bitte stärke du uns darin, wirklich Tag für Tag aus deiner Gnade heraus zu leben. Amen.